Nach Angaben seiner Familie wurde der 13-jährige Ismail am vergangenen Donnerstag mit den für eine Infektion mit dem Erreger typischen Symptomen und Atemnot in das Londoner Kings College Krankenhaus eingeliefert und einen Tag später positiv auf das Coronavirus getestet. Er wurde künstlich beatmet und in ein künstliches Koma versetzt. Am Montag ist der Bub verstorben. Er ist das mutmaßlich bisher jüngste Covid-19-Todesopfer in Großbritannien. Ebenfalls am Dienstag haben die belgischen Behörden den Tod eines zwölfjährigen Mädchens nach einer Ansteckung mit dem Virus gemeldet. Vergangene Woche ist eine 16-Jährige in der Nähe von Paris gestorben.